Da sind wir wieder im Live-Net-Talk, die zweite Runde mit Bobi. Ihr habt es ja schon geahnt, dass wir es nicht hören können, dass das Gespräch noch ein wenig weitergegangen ist. Wir lassen euch einfach teilhaben, wenn ihr Lust habt, hört noch ein wenig mit. Was wir hier zu berichten haben, wir sind bei Andreas Poppi, Bob Bart, im Campus für Christus hier in Zürich. Er ist Missionsleiter von Campus, er hat zuerst in der Schweiz angefangen und jetzt ist Deutschland und Österreich auch dazu gekommen. Also ein mega Einflussbereich rein so, wo du managst, wo du dran bist. Und wir haben schon ein wenig dein Herz gespürt von dem grossen, nicht nur verkürztes Evangelium, sondern ein grosser Gott, ein weites Land, ein neues Land. Und das, was du in der letzten Zeit ein wenig reinbringst. Und du hast schon erzählt davon, dass Gott manchmal an Orten wirkt, wo man nicht erwarten würde. Aber hier kann es jetzt irgendwie nicht so sein. Also hier, oder? Wir meinen, man hat ja selber auch so eine innere These. Ja, also nein, hier und jetzt. Ja, okay, das macht ja nichts, morgen gehe ich wieder in die Kilo. Ja, genau. Ja, ja. Verzähl mich doch einmal so ein wenig, vielleicht ein Müschenchen, wie du das auch schon selber erfahren hast. Ja, sehr gut. Manchmal könnte man ja auch ein wenig wild sagen, dass Gott eigentlich fast nur dort wirkt, wo wir eigentlich sagen, dass wir nicht wirken dürfen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache das fast extra. Also ich habe fast Freude, aber dort, wo wir unsere frommen Gefässe machen, dort tut es uns manchmal auch seelisch einfach gut. Und natürlich ist wahrscheinlich irgendwo Gott in Schwaner drin. Aber, also ich bin, Israel ist für mich so ein Moment, um in der Grabeskirche zu stehen. Und dann bist du in der Grabeskirche und Menschen, eine Massen pilgern an diesem Ort. Ja, Zehntausende, Hunderttausende von Leuten pilgern hierher zu dem Stein, wo man sagt, das ist der Salbigstein, wo Jesus darauf gesalbt worden ist. Und, ich meine, der hat einen heilenden Graf, das sagt man. Das heisst, die Leute pilgern dort hin, die liegen auf dem Stein drauf, die schlägern den Abkissen, legen ihre Hütchen drauf, Fötchen von Angehörigen zu Hause. Einfach das Tierblitz. Ja, die haben ja schon gehört. Genau. Das ist auch schon crazy. Der Ort, wo so viel passieren sollte und so viel hoffentlich ist. Und ich stand da in meiner Ecke mit meinem pragmatischen, theologischen Glauben und Wissen. Und man weiss, dass der Stein erst etwa 12, 13 Jahrhundert aus der Türkei eingeführt worden ist. Also, entweder ist Jesus kurz in der Türkei in die Ferien und hat sich dort noch selber lassen. Aber wahrscheinlich eher nicht. Also, der Stein hat überhaupt nichts mit Jesus zu tun. Also, da kann nichts passieren. Das ist purer Aberglauben. Das ist so mein innere Herz. Also, ich bin da und denke, Leute, was machen die? Die haben da ein Geld aus, für einen Ort zu gehen, der Gott nicht ist. Und dann höre ich in meiner Ecke, wenn ich das jetzt so etwas verurteile, ein Besserwischer ist. Dann höre ich die berüchtigte Stimme, die ich jetzt über meine Dach schon mehr als 40 Jahre gelernt habe, Gott zuzuarbeiten. Ich höre die Stimme in mir, die sagt, «Poppy, meinst du, ich habe mehr Freude an deinem Herz, das da besserwisserisch in der Ecke steht und das wahrscheinlich richtig liegt, als an den Herzen, die vielleicht offensichtlich etwas Falsches tun, aber die so sehnsüchtig nach mir suchen?» Überführt. Also, ich merke einfach, ja, Gott stimmt. Und dann, wenn ich das ein wenig weiterdenke und denke, vielleicht ist das der Ort, wo Gott den meisten Wunder tut. Da, wo wir frommen, und alle sagen, also frommen, wir frommen, die haben es ja frommen, oder sehnsüchtig im Minimum. Aber wo wir jetzt in unseren Kreisen würden sagen, das darf nicht sein, das kann nicht sein, das ist falsch, sogar noch archäologisch falsch, also das kann nicht sein. Und Gott sagt, ja, das kann nicht sein, und genau darum bin ich da. Genau werde ich da vielleicht Menschen heilen. Weil die ein Herz haben, das sich nach mir sehnt. Sie suchen vielleicht einen Ort, an dem ich nicht wäre, aber ich bin doch Gott, ich kann dort sein. Ich kann doch auftauchen und Menschen heilen. Und das hat mich so, eben wenn dann die Evangelischen wieder sagen, man darf nicht zu Maria beten und all diese Sachen, vielleicht ist Gott entspannter, weil du in der Kirche siehst, dann all die Dankeschreiben, wo Menschen geheilt worden sind, wo dann die einen würden sagen, das kann nicht sein, und wo dann vielleicht andere würden sagen, ist gar nicht die Frage, ob es richtig oder falsch ist. Oder Gott würde es vielleicht dann so sagen, es geht doch nicht immer um das Richtige und Falsch. Wir sind so penetrant auf dem Wahrheitsding, weil man das Gefühl hat, es muss immer alles so wahr sein. Und vielleicht sagt Gott, ja, dann macht halt jemand etwas Falsches, aber ich bin so sehnsüchtig. Ich bin so sehnsüchtig nach euch Menschen, dass ich euch ja Wunder schenke, Heilige schenke, Begegnungen schenke an Ort und durch Taten, also an Ort, wo falsch sind, durch Taten, wo falsch sind. Und das hat mich mega... Also das ist nicht jetzt ein theologisches Konzept, wo ich über alles streichen würde, aber es hat mich schon sehr weich werden lassen und vorsichtig mit all dem, was ich immer sage, wahr und falsch. Und ich glaube an absolute Wahrheiten. Aber ich glaube auch fest an Verkürzungen, dass wir so viel verkürzt haben. Also wenn du nur schon die Trinität nimmst, das Dreieckchen... Im früheren Leben war ich ja noch Mathelehrer, Mathe, Biophysik, Chemie. Und die Geometrie habe ich immer geliebt, weil Mathe, Geometrie, die Sachen, die haben so Klarheit drin. Also sie ist so klar. Ein Winkel ist ein Winkel und das kannst du messen. Sie ist so klar. Und wenn du das Dreieckchen nimmst, das hat auch eine klare Dimension. Und dann kannst du zum Beispiel Trinität nehmen, Gottvater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und auch dort können wir ständig Verkürzungen machen. Und wir eben... Ich habe es schon letztes Mal gesagt, wir kritisieren dann immer die Anderen für ihre Verkürzungen und merken nicht, dass das wahrscheinlich ein Wachstumspotenzial wäre, um diese Richtung hineinzuwachsen. Also die, die um den Heiligen Geist verkürzen. Und es geht nur noch um Erfahren und Spüren und wenn du Wunder erlebst und nach dem sehnsüchtig ausstrecken. Und dann zu merken, nein, das gäbe noch mehr rundum, die auch eine Wahrheit ist, die Glauben ist. Oder wenn du um Gott, das transzendente Wesen, verkürzt, sagst du, es geht nur noch um Gott, ein mystisches Wesen. Und du merkst, nein, es geht auch noch um Christus und eine Bezüchung. Und du kannst ja nur um die Liebe, du kannst bei Gott verkürzen und sagen, es geht nur noch um das höchste Geburt der Liebe. Weisst du, da ist alles drin. Dann sage ich, ja, stimmt, klingt total wahr. Aber wenn du nicht mehr weisst, was da alles drin ist, dann ist alles nichts. Also du musst ja schon... Es geht nicht nur um die Liebe, es geht auch darum, dass Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist in seiner Person zu finden. Vielleicht eben nicht in einer Liste von Dogmen, die man aufschreibt, sondern in dieser Bezüchung zu ihm ist Wahrheit zu finden. Und dann, und da vielleicht auch viele von unseren Zuhörern, verkürzen dann um Christus und sagen, es geht nur um Christus, es geht nur um ihn. Und man merkt nicht, dass man dann zum Beispiel vielleicht eben Verrat an dieser Liebe begibt. Also man ist dann so auf dem, man muss um Christus die Wahrheit bewahren und alles, dass man merkt, hey, das muss in einem untrennbaren Zusammenspiel, nicht in einem Gegenspiel, sondern in einem Zusammenspiel mit dieser Liebe passieren, wo Gott ist, mit dem, was der Heilige Geist in uns bewirkt, in Menschen bewirkt. Sonst wird es ungesund, weil nicht das Falsche müsste uns Angst machen, das ist immer das, woran wir Angst haben, sondern das, was uns wirklich Angst machen müsste, ist eben nicht das Falsche vom Anderen, sondern die eigene Einseitigkeit. Ja. Da, wo ich einseitig geworden bin, da wird es ungesund, da wird es giftig für mein Leben, für meine Mitmenschen. Und da braucht es, ich finde, das muss jetzt ein kultureller Gesundheitsprozess bei uns in unserer christlichen Community passieren, dass wir alle in den Ecken der drei Ecken, in denen wir sitzen, es gibt noch hundert andere Verkürzungen mehr, aber dass wir sagen, wir versuchen, aus denen herauszuwachsen, einander entgegen, wir brauchen einander, um Gott mehr zu erkennen und gesund zu werden. Mhm. Ja, also, das ist das, wo ich mich auch noch eine Geschichte vielleicht erzähle. Sehr gerne. Von Israel, von Israel. Israel nämlich auch gerade. Also, das ist für mich auch ein Geöffner gewesen. Ich war vor der Pandemie gerade noch in Israel. Gott sei Dank, habe ich sehr vieles in dieser Zeitgänge wieder zehren von dem, was ich erlebt habe. Aber, äh, eigentlich ist es mir gesundheitlich dann gar nicht so gut gegangen. Also, ja, ich habe eigentlich an dem einen Tag, wo wir, am Jordan war, ja, mir ist es eigentlich nicht gut gegangen, noch, so, so, irgendwie fast, nein, ich begegne Gott sicher nicht. Dann sind wir dort an Jordan. Ja, ja, ich habe mich so genervt und geschehen. Ja, man hat halt so seine Stacheln. Ja, genau. Und, äh, auf jeden Fall. Und dann, der Dave Hörle, und der ist ja dort, am Jordan, und dann ist, äh, wie der Heilige Geist über uns gekommen. Wir haben, wir haben nur noch, laut dem Wasser gerennt, dort hin, und, wir haben eine Gottesbegegnung gehabt, ich kann das, äh, nicht genau sagen. trotz der Firma flottern. Ja, kann man heute lachen, ja. Aber, äh, ja, du kennst solche Momente, oder du denkst gar nicht, nein, heute ist nicht der Tag. Heute ist ja irgendwie nicht, ist gar nicht der Tag, so. Und dann fühle ich mich vielleicht irgendwie unwürdig, was auch immer. Es ist einfach so Zeug, wo wir Menschen eben, manchmal, hey, also jetzt nicht, dogmatisch irgendwas vorher gebracht, in die Richtung, aber bei mir ist es jetzt, mehr in die Richtung mal gegangen. Ja, es geht ins Gleiche rein, schlussendlich. Und dann haben wir einfach gestaunt, über das, hey, und da hier, irgendwo, das ist ja auch nicht genau dort, wo, wo alle Touristen jetzt herpilgern, wahrscheinlich, aber, aber, äh, da ist, äh, die Stimme, und dann hat sich der Himmel aufgenommen, dann ist, äh, die Taube, und, und dann hat gesagt, hey, du, das ist mein Geliebte Sohn, das ist mein Geliebte Sohn, an dem habe ich Freude. Ja. Und dann hat er, das hat uns einfach umblasen. Ja, wirklich. Ja, so, äh, so, äh, wie Gott eben redet, immer wieder. Er kreuzte irgendwo auf, wo, und, äh, würdest du gar nicht denken, und, das ist das, was ich so, so auch liebe. Aber, äh, er, äh, braucht es gleich, und da können wir jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen die Frage stellen, braucht es natürlich gleich wie Gefässe, Orte bis organisiert, Kirchen. Mhm. Da würde mich ein bisschen wundern, was der Leiter von Campus für Christus für einen Eindruck, oder für einen Moment das Gefühl hat, wie der, braucht er die Kirche, oder was? Was ist denn der Part der Kirche? Ja, das sind ja, im Leben macht man mit der Kirche ja unterschiedliche Dynamiken durch. viele, im Moment, sind sich, jetzt durch Covid hätte man nicht mehr in die Kirche gehen können, und dann merken plötzlich Leute, ich kann sie ja eigentlich, ich vermisse es gar nicht. Mhm. Oder, Familien, die sagen, boah, heiligschön am Sonntagmorgen, nicht den Kalbenstress, die drei, vier Gehafen noch irgendwie müssen anzulegen, um in die Kirche zu kommen, und man hat erst den Streit am Morgen und musste dann heilig spielen, weil dann alle zuschauen. Also, all die Krämpfe, die in irgendwelchen Leben drin sind, und dann macht man so Prozesse, und viele Jungen merken eigentlich eben, sie wollen sich weiterbewegen, ihre Kirche ist vielleicht Träger von der Bewegungsdynamik, immer wenn etwas gross wird, wird es Träger auch, das hat es so an sich, und dann merkt es wie, boah, dann bewege ich mich lieber ausserhalb von dem, weiter, ich suche mir meine guten Predigungen, nicht am Sonntagmorgen bei meinem mittelmässigen Prediger, sondern ich hole die einfach weltweit, irgendwie schlupfen wir da rein, der Worship ist auch bei uns eher an den Grenzen vorträglich, also ich höre einfach online die besten Worship der ganzen Welt, also da ist ja etwas reinkommen, das die Kirche eigentlich top bediert, als System. Gleichzeitig aber merkst du ja dann, hoffentlich auch irgendwann, wenn du mal durch die Prozesse durch bist, was du in der Kirche hast, nämlich eine Gemeinschaft, die du einfach ... Das ist ja das, was wir dann in Covid-Zeiten, in der Pandemie-Zeiten auch vermissen, das Miteinander, das du alleine daheim nicht erzeugen kannst, das zusammen singen, zusammen sich nach Gott ausstrecken, die Sachen, die als Volk Israel hat das immer wieder gehabt, du kannst schon einzeln glauben, aber irgendwann immer die Momente, wo du als Volk zusammenkommst, und wo Gott sich nochmal anders manifestiert und anders zeigt. Und dann merkst du wieder, ja, Kirche ist tatsächlich etwas, wo wir Menschen arbeiten. Wir brauchen das, wir brauchen ... Wir müssen Sachen in ... Wir müssen Gefäße bauen, wo wir Inhalte hineingiessen können. Es verflüsst uns das. Darum, Kirche ist unglaublich wunderbar und wichtig und Kirche ist unglaublich hässlich und anstrengend. Also einfach beides. Ich glaube, wir dürfen nicht daran zerbrechen, dass die Kirche so zerbrochen ist. Also die Kirche ist aus uns Menschen geschaffen und weil ich so ein zerbrochener Mensch bin, ist auch die Kirche so zerbrochen. Und du kannst einfach die Art der Zerbrochenheit wählen, je nachdem in welche Kirche du gehst. Die eine passt besser von deiner Persönlichkeit, die andere von der Spiritualität, die dritte von der Energie, die vierte von der Ortsabbundheit. Wähle deine Kirche, I couldn't care less. Und ich glaube, wir dürfen als kirchliche Gemeinschaft eben voneinander lernen und dann aber auch wir dürfen uns weiterentwickeln. Das muss man wirklich mal aussprechen. Wir dürfen Kirche neu gestalten. Wir müssen Kirche immer wieder neu gestalten. Wir müssen das Gefäss immer wieder neu erfinden und nicht betonieren. Sondern sagen, lass uns überlegen, was wir wollen zu bewahren. Und wir sagen, das ist uns so wichtig. Das wollen wir bewahren. Das dürfen wir auch aussprechen. Und dann andere Sachen, wo wir sagen, da müssen wir uns mutig weiterentwickeln. Aber ich glaube, ein Entwicklungsschritt ist sicher, dass wir mehr Resonanzräume brauchen. Wir müssen Kirche zu einem Resonanzraum werden lassen, wo Menschen reinkommen können und wo sie Gott erleben können. Es braucht im Moment weniger den Ort, wo sie herkommen. Und dann kommen sie alle die Wahrheiten rüber und die Antworten auf die Fragen, wo sie sich einfach nicht stellen. Sondern wir müssen eher ... Das war in den letzten Jahrzehnten auch manchmal ein Gefälle, dass die Christen sind die Wahrheiten, wir die anderen allen sagen und dann kommen sie zu uns. Das ist so ein Gefälle. Und ich glaube, im Moment braucht es, und das ist auch etwas Gesundes, dass das wieder gesund ist, braucht es eine Augehöhe eher. Miteinander sind wir unterwegs. Miteinander folgen wir dem Christus nahe. Egal wie nahe und wie weit weg jeder steht. Miteinander probieren wir dem Jesus nahe zu sagen. Miteinander probieren wir, den Gott zu erleben. Miteinander probieren wir, absolute Wahrheiten auf die Spur zu kommen. Miteinander sind wir unterwegs. Da, glaube ich, braucht es eben so Resonanzräume, wo die Kirche schafft, eine Art der Begegnung, wo Leute, ich sage dem auch mal, angstfreie Zonen, wo sie rein können, wo sie sich wohlfühlen können, wo sie ihre kritischen Fragen stellen können. Und das getraut man sich ja schon fast nicht, weil sobald du als Christ in einer Kirche bist und anfängst, zwei, drei Sachen hinterfragen, die du bis jetzt glaubt hast, dann ist es schon kätzerisch. Eben, du hast den wahr Glauben verloren, das fühlt sich manchmal fast wie eine Scheidung an. Das ist jetzt ein Megabruch. Nein, das müsste es doch nicht sein. Lass uns doch die Fragen formulieren, die wir haben, weil die werden uns auch als kirchliche Community letztendlich weiterbringen. Dass wir nicht am meisten Freude an den Antworten haben, sondern dass wir eigentlich anfangen, am meisten Freude an den Fragen zu bekommen. Die richtige Frage wird uns vorantreiben und nicht die richtige Antwort. Also was ich sehr ein schönes Wort finde jetzt in dem, was du hast ausgeführt, ist das angstfrei, oder? Also ich meine, das ist ja das, was die Menschen heute ganz häufig einfach nicht mehr erleben, oder? Ich habe so mehr reingegeben mit meinen Fragen, ohne dass es gerade auf die Waage gelegt wird und ausgewertet und zack und zack. Und dann verrissen vielleicht im schlimmsten Fall. Also das wäre vielleicht schon, die grosse Chancen, die die Kirchen auch haben, oder? Voll! Ich glaube, es bricht mir ja das Herz manchmal, wenn ich Leute so lasse, wie sie uns als Kirchen sehen. Also die, einfach sie schauen uns von aussen an und die sind nicht einmal gegen uns. Aber dann frage ich mich, wie nimmst du uns wahr? Und dann heisst es, ihr seid schon sehr eng und barniert, ihr hackt auf Sachen herum, ihr habt Themen, die mich nicht interessieren, weil ich bin gerade mit Planeten und Erhaltung und Energie und Zeugen und Sachen beschäftigt und Gerechtigkeit und alles. Und das geht ja neu vorbei. Und ich sage, es geht ja an uns nicht vorbei. wenn wir das Evangelium wirklich lesen, wäre es zutiefst ein Bestandteil des Evangeliums. Also die gute Nachricht hat ja eben nicht nur mit dem Kreuz angefangen oder hat nicht nur mit dem Kreuz zu. Jesus hat die Leute ausgesendet und gesagt, bringt das Evangelium. Also bringt das in die Welt und dann hat er, also das hat es schon vorher gegeben. Dann muss man sich eben darum überlegen, was ist wirklich das Gute an der guten Nachricht. Ähm, jetzt weisst du nicht mehr, wo ich rauswählen kann. Mit dieser Kirche hast du eine gute Frage gestellt. Also genau, was ich immer gesehen habe, die Resonanzräume, vorher schon, und dann das Angstfreie als Stichwort, habe ich eigentlich dort vor allem auch immer gegeben. Ja, ja, das hat mir noch gefallen. Wenn du warst. Ähm, hm. Jetzt müsste man fast noch, jetzt müsste man fast noch mal schauen. Nein, wir könnten ja einfach weitermachen. Ja, wir könnten ja dann mal irgendwie das nachschauen und sagen, dort hätte er eigentlich einwillen und dann würde ich sagen, oh nein, das wäre saugutig. Das wäre, ja, ja. Das wäre jetzt der Gedanke gewesen, der hätte jetzt eigentlich die... Das ist jetzt der Bodycade. Ja, genau. Ich, ähm, ich fände es cool, wir würden, ähm, wir würden zum Beispiel anfangen, bei anderen Kirchen reinzuschauen und dann merken, dass uns manchmal ja unwohl ist und was macht uns unwohl, dass wir dorthin gehen. Also, das hat mir manchmal gekommen. In anderen Kirchen, in denen ich mich nicht gewohnt bin, fühle ich mich schnell unwohl. Einfach weil ich merke, uh, ich habe mich einfach angefangen in meiner Kirche wohl zu fühlen. Das öffnet einem den Blick manchmal für die Augen. Und ich war bei dem, dass wir uns die Leute anschauen. Ja, genau. Dass sie dann sagen, wo ihr seid, ihr seid die, die lieblos sind. Jetzt haben wir es wieder den Faden aufgenommen. Ihr seid die, die mich irritieren, die mich ausgrenzen. Also, ihr seid definitiv nicht inklusiv. Und dann lese ich das Evangelium und merke, bei uns ist der Ort, wo massiv Liebe vorhanden ist. Gott ist Liebe. Heftige Statements gibt es nicht. Und dann sage ich, warte mal, wieso ist das nicht sichtbar bei uns? Man wird bei uns sagen, Wahrheit. Wir sind penetrant auf dieser Wahrheit. Aber, aber die Liebe. Also, lass uns doch mal die nächsten paar Jahre und Jahrzehnte üben. Das Liebe. Da sind wir doch massiv krank. Und nicht auf Kosten der Wahrheit. Die dürfen ja oben sein. Aber vielleicht mit einer, mehr mit der Anti-Right wird dem Generous Orthodox sein, also mit einer grosszügigen inneren Lehrhaltung. Ich sage, ich habe eine Lehrmeinigung, aber die musst du nicht einmal teilen. Sogar, wenn ich das Gefühl habe, die ist absolut richtig. Aber da bin ich Generous, grosszügig. Und mich jetzt das, oh, schau, jetzt kommt wieder alles. Schön, wie das Hirn mal funktioniert. Das hat mich dann so angefangen, Schmerzen, dass ich merke, dass eigentlich ich an einem Ort will sein, wo Leute sagen, ich bin auf der Suche nach Liebe und nach Aknose und nach einbunden werden in einer Gemeinschaft. Und genau bei euch. Ihr seid tatsächlich die Letzten on Planet Earth, die ich das versuche. Da gehe ich eher zu EDK und die sind inklusiver. Die haben Weihnachtsspots, die mehr Botschaft bringen, die mich abholen. Das ist so crazy. What's wrong with us? Oder eine Geschichte von einem Kollegen, der in seinem Leben fremd ging und dann ist das ausgekommen und er will sich das Leben nehmen. Und das ist voll in der Kirche drin. Wo ich denke, warte mal, wieso machst du das? Wieso bist du, du wärst doch an dem Ort, wo du genau jetzt seit Jahrzehnten gehörst. Wir sind angenommen, wir sind geliebt, da gibt es Vergebung, all diese Sachen. Du könntest jetzt auch sagen, ich habe einen Scheiss gemacht und da wäre der Ort. Und sogar er, der zu tief drin ist, weiss, es ist nicht der Ort. Wenn ich das öffentlich mache, werde ich verurteilt, werde ich rausgehauen aus meinen Ämtern, die ich in der Kirche habe, werde ich schräg angeschaut, werde man über mich reden. Also merke ich, da ist etwas falsch. Da ist etwas falsch, zu täuscht falsch und ich hoffe, dass jetzt ein paar Leute, dass ihr zu Hause jetzt nervös werdet. Und ich habe nichts gegen die Kirche. Das ist das Gegenteil, ich liebe ja die Kirche. Ich liebe ja, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir zusammen mit unterwegs sind. Aber das muss uns doch anfangen, ernsthaft herzuschauen zu lassen, wo haben wir Potenzial, wo haben wir Wachstumspotenzial und wo leben wir in Verkürzungen, leben wir in Verengungen drin. Haben wir Sachen vielleicht so fest betont, wenn es wahr sind, aber ist es einseitig geworden. Und wir haben andere Sachen nicht betont, die uns so gesund helfen und gesund werden lassen würden, die wir dazulernen könnten. Da kommt mir gerade etwas ins Sinne, das ich einmal erlebt habe. Man merkt schon, das Ringen ist am Tue. Es sind viele Pastoren, die ich merke, die Ringen darum, wir wollen nicht einfach unsere Hausordnung durchpoken. Aber auch nicht, alles ist möglich und wir lassen alles schädeln lassen. Und egal, Leute führen ihr Leben, jeder so etwas wie er, wo man Lust hat. Und dort drin, so rund um die Ehe für alle Debatten, war das der Tier. Also wie leben wir das? Weil die Menschen, sie sind ja einfach Teil unserer Gesellschaft. Und wir wollen es annehmen, aber haben irgendwie Fersen, die uns da drin sind. Einfach, ja, ein wenig im Weg stehen. Und dann merkst du schon, das Ringen muss ja wie kommen. Ja, unbedingt. Und da leistet ihr euch einen Beitrag, in diesem Sinne auch leistet, die Explodeis, die man weiter diskutieren kann. Ich glaube, das ist eigentlich ein super Übungsfeld, oder so. Auch ein Resonanzraum, wenn man das Wort wieder aufgreifen möchte. Wo die Leute dann auch, ja, ihre bisherigen Muster vielleicht auch ein bisschen reinwerfen und mal schauen, wer hat das überhaupt für mich selber noch? Ja, das wäre das Ziel. Ich glaube, wir müssen Freude bekommen an Fragen und an Vielfalt. Also da müssen wir reinwachsen. und das ist etwas, was für uns im Moment eher bedrohlich ist immer. Sachen, die ungeklärt sind, macht uns mega Angst. Und, und Sachen, die vielfältig sind, die von dieser Norm abweichen, wo ich nicht sage, ist die Norm dieser Welt, aber ist die Norm in mir. Also, wir landen immer wieder beim Bibelverständnis. Ja, was ist denn dein Bibelverständnis? Und natürlich, wenn du sagst, jede Bibelstelle muss, kann nur eine ganz klare Aussage haben, das ist mal das eine. Dort bin ich nicht. Ich glaube, das ist mehrdeutiger. Ein Islamwissenschaftler, Thomas Bauer, hat einmal ein Buch geschrieben die Vereindeutung der Welt und hat gesagt, das ist das Problem, dass gerade in der Aufklärung die Welt vereindeutig wurde. Also man hat gesagt, es darf keinen Widerspruch mehr haben, es muss irrtumslos sein, das ist die Forderung in der Aufklärung und seitdem hat man das vorantrieben, wir haben es zum Beispiel auf die Spitze getrieben, aber vorher sagt, dass alle grossen Religionen mehrdeutig waren. Also, dass etwas mehr Deutungen haben kann. Und eben, man sagt eben Ambiguitätstoleranz und das ist schon etwas, wo ich denke, da wird es spannend, wenn wir in diesen Bereich hineinkommen und da dazulernen können. Okay. Also, ich glaube, wir haben jetzt auch etwas hineingeworfen, wo man auch noch Resonanz geben kann, wo man hoffentlich auch weiter diskutieren kann. Ich meine, das ist immer auch das Ziel von diesen Talks. Es war sehr spannend, Puppi, mit dir, da ein wenig Zeit zu verbringen. Ich glaube, jetzt machen wir wirklich einen Schlusspunkt. Ja, wir zwei würden wahrscheinlich jetzt zu nicht mehr Kaffee noch weitermachen, aber wir tun alle da jetzt rausknallen. Sorry, es ist halt manchmal, irgendwo hat es Grenzen, aber es gibt viel, viel Raum weiter zu diskutieren. An den Explode Days zum Beispiel, das Zug, Ende November, wann ist das ganz genau? 27.28. Genau, 27.28. November, das Zug im Freiraum. Nicht online, nur lokalmöglich. Nur dort, genau. sichert euch einen hohen Platz und ihr müsst auch den Raum frei schaffen, auch in eurer Agenda, wenn ihr wirklich dabei sein wollt und ja, einmal auf diese Fragen einlassen, selber neue Fragen stellen, neue Fragen entdecken, so wie das Bob jetzt stark betont hat. Danke für unser Interesse. Wir sehen uns bald wieder in einem nächsten LiveNet Talk und wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss zusammen. Tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch slash videopartner slash videopartner Untertitelung des ZDF, 2020